O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von O-Ton Onkologie. Dieser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie-Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin Teamleiter Onkologie-Hämatologie in der Redaktion der Matrix Group. Statt wie gewohnt direkt mit Expertinnen zu einem bestimmten Thema zu sprechen, haben wir Ihnen und Euch heute eine spannende Serie von einer Kollegin von O-Ton Innere Medizin mitgebracht, zum Thema Fehlerkultur. Uns liegt dieses Thema am Herzen und wir denken, dass es für viele Zuhörende vier spannende Folgen sein werden. In der Regel spricht ja niemand gerne über Fehler, die er oder sie gemacht hat. Wenn es sich dann aber auch noch um Fehler in der Behandlung dreht, kann es sogar nicht nur moralisch, sondern auch juristisch heikel werden. Aber wir sind alle Menschen und Ärztinnen stehen unter einer besonders hohen Belastung. Kein Wunder also, dass Fehler grundsätzlich auch passieren. Meistens wird darüber auch in diesem Bereich geschwiegen. Doch unsere Kollegin Isabel Aulele hat unter anderem mit betroffenen Ärztinnen und Ärzten und einem Rechtsanwalt gesprochen. Diese spannenden Einblicke teilen Sie in Ihrer Podcast-Serie. In der ersten Folge geht es um das Fehlermanagement in der Klinik. Isabels Gast erzählt, wie sich Meldungen über das sogenannte CIRS, das Critical Incident Reporting System, von Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen unterscheidet, wie schwer es Ärztinnen und Ärzten fallen kann, einen Umgang mit Fehlern zu finden und welche Fehler ihm selbst schon passiert sind. In der zweiten Folge geht es unter anderem um das Second-Victim-Phänomen. Noch nie davon gehört, dabei gibt es viele Ärztinnen, die darunter leiden und eigentlich psychosoziale Unterstützungsangebote benötigen. In der dritten Folge kommt neben einer Onkologin auch eine Kommunikationstrainerin und ein Rechtsanwalt zu Wort. Sicher ein besonders spannendes Thema für Hörerinnen von O-Ton-Onkologie. Sie wird am 9. Mai erscheinen. Die Expertinnen erklären beispielsweise, wie man Patienten, Patientinnen rechtssicher und deeskalierend unterrichten kann, dass ein Fehler unterlaufen ist. Die letzte Folge wird sich um die menschlichen Faktoren drehen, die zu Fehlern und zum Schweigen über diese Fehler führen. Gestartet ist die Serie am 11. April. Die letzte Folge wird am 6. Juni erscheinen. Wer alle Folgen der Serie Fehlerkultur hören möchte, muss einfach den Podcast O-Ton-Innerer Medizin auf einem der üblichen Podcast-Plattform abonnieren. Die erste Folge startet nun direkt hier. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Isabella Olela, ich bin Redakteurin der Medical Tribune. In unserer neuen Staffel geht es um die Fehlerkultur in der Medizin. In den nächsten Wochen dreht sich hier also alles um kritische Ereignisse und Behandlungsfehler sowie den Umgang damit. Zum Auftakt spreche ich heute mit einem Arzt über den Status Quo der Fehlerkultur in seiner Klinik. Die ist zwar gut, er möchte aber trotzdem lieber anonym bleiben. Daher werden wir weder seinen Namen noch die Einrichtung nennen. Ja, hallo lieber Gast, schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass Sie sich dieses wichtigen Themas annehmen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis für zuhörende PatientInnen. Es kann verunsichernd sein zu hören, dass in der Medizin Fehler und unerwünschte Ereignisse passieren, aber wie in jedem anderen Berufsfeld kann man sie nie völlig ausschließen. Dass Sie bislang möglicherweise wenig darüber gehört haben, liegt daran, dass es ein gesellschaftliches Tabuthema ist. Diese Miniserie hat das Ziel, das zu ändern und zu vermitteln, dass Fehler auch helfen, zu erkennen, wo Abläufe und Bedingungen verbessert werden können. Melden Sie uns gerne zurück, welche Erfahrungen Sie selbst mit ärztlichen Fehlern und der Kommunikation darüber gemacht haben. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Jetzt geht's aber los. In Ihrer Klinik ist es zum Glück etabliert, offen über mögliche Fehler und kritische Ereignisse zu sprechen. Damit wir einen Eindruck davon bekommen, um welche Art von Ereignis oder Fehlern es überhaupt so geht. Was sind es denn für Fälle, die da besprochen werden? Ja, vielleicht erst mal erlauben Sie mir den Satz. Man sagt ja so allgemein, Fehler machen ist menschlich und das ist, glaube ich, eine ganz gute Einleitung, weil da ganz viel darüber drin steckt, was man sich gerne so an Fehlerkultur auch in der Klinik wünschen würde und dem Umgang damit. Und es gibt ganz gute Untersuchungen darüber, die eben zeigen, dass die Wertschätzung eines klinischen Risikomanagements, wie man es dann idealerweise an einer Klinik hat und eben Maßnahmen zur Vermeidung von Patientenschäden durch solche Fehler letztlich mit der beruflichen Position, wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun haben. Offensichtlich führt eine längere Berufstätigkeit und damit notgedrungen häufigere Erfahrungen mit Fehlern und möglicherweise auch die größere Verantwortung, wenn man länger dabei ist, zu einer höheren Akzeptanz dieses Themas im Allgemeinen. Allerdings ist meine Erfahrung, dass eben auch junge Kolleginnen und Kollegen da sehr affin sind für dieses Thema und sich da schon einen sehr transparenten und klaren Umgang mit dem Thema wünschen. Jetzt zu Ihrer Frage, was gibt es für Fehler? Also wir sprechen grob von drei unterschiedlichen Dingen. Es gibt zum einen die Beinahefehler, es gibt unerwartete Ereignisse, Vorkommnisse oder Verläufe und es gibt davon noch abzugrenzen eindeutige Fehler. Das ist im Groben das, über was man sprechen kann. Hätten Sie als Beispiel einen Fall, der bei Ihnen besprochen wurde im Rahmen des Fehlermanagements? Ja, ich glaube, da kann man sich dann über die Jahre schon viele Beispiele in Erinnerung rufen und es ist auch letztlich ja dokumentiert. Ich möchte in meinem ziemlich heftigen Fall nennen quasi, den glaube ich jeder mitfühlen kann. Das ist ein Fall aus der Kinderheilkunde. Es gibt die Konstellation, dass Kinder in der Kinderheilkunde einen zentralen Venenkatheter haben, einen sogenannten ZVK, also einen großflummigen Zugang über eine Halsvene, weil sie darüber zum Beispiel Chemotherapie kriegen und wenn die Kinder dann im Rahmen des Aufenthalts zu Untersuchungen gehen, dann sitzen die dort ja auch im Wartezimmer und da ist es passiert, dass eine Krankenschwester es gut gemeint hat und den Kindern dann letztlich so 20 Milliliter Spritzen zum Spielen verteilt hat, was die Kinder dann natürlich gerne angenommen haben. Im Gegensatz zu anderen Kindern, die vielleicht in der Kinderarztpraxis auftreten, haben die aber natürlich schon Tage und Wochen lang den Krankenpflegern und Krankenpflegerinnen zugeschaut, wie da Medikamente angehangen werden und die Krankenschwester konnte dann gerade noch verhindern letztlich, dass Kinder sich da Luft über diese Spritze selbst quasi in diesen Zugang reingelegt haben. Das ist ein Fall, den würde ich gerne später nochmal aufgreifen, weil es da auch ein bisschen um die Frage geht, wie schnell man solche Themen dann eben abarbeiten muss, weil da ja dann schon unmittelbar Gefahr im Vollzug ist. Ja, sehr gerne greifen wir das nochmal auf und gut, dass nichts passiert ist. In welchem Rahmen wird denn bei Ihnen in der Klinik über solche Vorfälle gesprochen? Also ich denke, bei einer guten Arbeitsatmosphäre im Team und einer angemessenen Fehlerkultur in der Klinik selbst sollte es grundsätzlich immer so sein, dass nach einem Ereignis, wie beinahe oder schlimm es dann auch war, man natürlich zunächst unmittelbar sich einem nahestehenden Kollegen oder Kollegin anvertraut. Aber es gibt dann natürlich auch ganz klare Tools sozusagen im Rahmen des Meldewesens, mit dem dann solche Dinge aufgearbeitet werden müssen. Und ich hatte Ihnen ja jetzt gerade diese drei verschiedenen Arten sozusagen von kritischen Ereignissen genannt und im Prinzip gibt es für all diese drei Arten dann auch passende Tools. Also ein beinahe Fehler, der noch nicht zum Fehler geführt hat, der wird klassischerweise im CIRS-System abgearbeitet. Unerwartete Ereignisse oder Vorkommnisse werden typischerweise mit M&M-Konferenzen aufgearbeitet. Die beiden M´s stehen für Mortalität und Morbidität. Und dann gibt es noch den Sektor der eindeutigen Fehler, die dann oft eben auch zu Schäden führen. Die müssen dann natürlich anderweitig und viel höher aufgehangen nochmal abgearbeitet werden. Das kann zum Beispiel über das London-Protokoll erfolgen, um da einfach mal ein paar Stichworte zu nennen. Und wie muss man sich so eine M&M-Konferenz zum Beispiel vorstellen? Also eine M&M-Konferenz an sich ist eine regelmäßige, strukturierte Vorstellung und Analyse ausgewählter Todesfälle. Das mag jetzt auch erstmal schockieren vom Begriff her. Und aber natürlich auch schwerer Krankheitsverläufe mit dem Ziel, dass man eben eine Sicherung und Verbesserung zukünftiger Patientenbehandlung erzielt. Das ist das Ziel. Und im Prinzip gilt es da immer zu klären, ob dieses unerwartete Ereignis, dieses Vorkommnis, dieser Patientenverlauf jetzt eben eher auf einen Fehler zurückgeht oder letztlich dann doch schicksalshaft war. Es muss also was aufgearbeitet werden. Das sollte neutral und ohne Schuldzuweisung erfolgen. Man muss auch immer überlegen, ob eben innerklinische Prozesse, Abläufe in irgendeiner Form einer Überarbeitung bedürfen. Letztlich ist so eine M&M-Konferenz trotzdem ein relativ träges System, weil es natürlich nicht einfach mal für den nächsten Tag einberufen wird, sondern idealerweise zum Beispiel quartalsweise Termine sind, wo dann Assistenzärztinnen und Assistenzärzte zusammen mit ihren Oberärzten und Oberärztinnen und Verantwortlichen eben diese Themen dann aufarbeiten. Also arbeiten die Problematik umfassend auf. Letztendlich muss man sich das dann wie eine Kasuistik vorstellen, die dann da auch in größerer Runde vorgestellt wird. Mit dem Ziel natürlich, daraus zu lernen und schon auch ganz klar abzuleiten, ob irgendwas verändert werden muss. Jetzt hatten Sie vorhin ja auch schon die CS-Systeme genannt. Wie unterscheiden sich denn dann M&M-Konferenz und CS-System? Also CS-System, ich glaube, da muss man vielleicht auch die Buchstaben erstmal sozusagen erklären. CS-System steht ja für Critical Incident Reporting System und das beruht eben auf der Meldung von kritischen Ereignissen. Die sollten genauso systemisch analysiert werden, sollten bewertet werden und auch da geht es natürlich um Maßnahmen, die ergriffen werden sollen zur Verbesserung der Patientensicherheit. Was da aber schon auch noch dazugehört ist, dass eben auch Dritte die Chance haben sollen, durch die Kenntnis dieser zum Teil anonymisierten, zum Teil nicht anonymisierten Meldungen die Chance zu haben, eben daraus abgeleitete Maßnahmen auch zu hören, davon zu profitieren und lernen zu können. Können das auch gern konkret sozusagen machen. Da gibt es ja verschiedene Arten, wie man so ein CS-System aufziehen kann. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, bei uns ist es online basiert sozusagen. Also es gibt eine Online-CIRS-Meldemaske, ein Art Portal. Man bekommt dann dort eine Ticketnummer, so dass man kontinuierlich als Meldender auch den Zwischenstand der Bearbeitung abrufen kann. Ich hatte ja vorher auch schon erwähnt M&M und auch CIRS wird häufig eben quartalsweise abgearbeitet. Die Fragenstellungen gehen dann in Expertengruppen, werden dorthin verlagert, weil man eben oft davon ausgeht, es ist ja ein beinahe Fehler, der ins System geht und es ist ja nicht unmittelbar Gefahr im Vollzug. Ich hatte vorher das Beispiel aus einer Kinderklinik genannt, weil man da eben eigentlich ganz gut dran sieht, dass da selbstverständlich unmittelbar Gefahr im Vollzug sein kann und man nämlich idealerweise eben sofort entscheiden sollte. Das heißt, im Hintergrund sollte auch immer klar sein, wer ist jetzt ein hauptverantwortlicher Ansprechpartner für diese Meldung? Gibt es den offensichtlich auf den ersten Blick nicht, dann muss ein Qualitätsmanagement in der Klinik sich sozusagen selbst hauptverantwortlich darum kümmern. Es sollte täglich durchgeschaut werden, die Meldungen sollten dann an so einen Hauptverantwortlichen weitergeleitet werden, aber oft gibt es auch Sinn, weitere Entscheidungsträger von Anfang an mit einzubinden, dass das dann eben auch gut abgearbeitet werden kann. Wie ist das denn bei solchen schweren Fällen wie jetzt bei Ihrem Beispiel? Gibt es dann für dieses sofortige Vorgehen auch Strukturen in der Klinik, die jeder kennt oder wie läuft das ab? Also die Struktur kennt schon jeder insofern, als dass er sehr genau weiß, das ist auch wenn man neu an der Klinik anfängt, dann wird das auch in sozusagen Informationstagen einfach mitgelehrt und ist Inhalt von diesen Informationsveranstaltungen. Also jeder weiß und kann über seinen normalen Klinikzugang eben so eine Meldung dann abgeben. Jeder ist im Idealfall auch motiviert, so eine Meldung abzugeben, weil man da auch ganz klar sagen muss, dass eben die Häufung solcher Meldungen aus einem bestimmten Bereich jetzt überhaupt nicht korrelieren mit der Frage, wie risikobehaftet ist dieser Bereich, was jetzt beinahe vieler betrifft, sondern es korreliert eigentlich eher mit der Meldekultur in diesem Bereich. Und das ist ja eher was Positives. Und diese Systeme sind inzwischen so einfach gemacht, dass man eigentlich mit wenigen Klicks und wenigen Feldern, die zu befüllt sind, zumindest seine Sorge und das, was man zum Ausdruck bringen will, auch andere zu schützen, zum Ausdruck bringen kann. Und die Frage ist natürlich immer, es ist glaube ich verständlich, dass eine anonymisierte Meldung nachvollziehbar ist, aber natürlich viel schwieriger zu bearbeiten ist als eine nicht anonymisierte Meldung. Bei uns in der Klinik, da hatte ich mich jetzt auch nochmal erkundigt, ist die Rate quasi an nicht anonymisierten Meldungen um 80 Prozent, was schon sehr erfreulich ist, weil ich das auch aus eigener Erfahrung kenne, wenn man als Hauptverantwortlicher eben mit der Bearbeitung dann konfrontiert ist, dass es natürlich viel, viel leichter ist, man häufig andere Bereiche bei technischen Dingen, die Techniker mit einbinden muss. Und da ergeben sich immer nach Fragen, die man letztlich natürlich nur klären kann, wenn man dann auch einen Ansprechpartner hat. Und das sind dann die Ärztinnen und Ärzte oder das medizinische Fachpersonal, vielleicht je nachdem, wer den Fehler gemacht hat, selbst, die das einpflegen ins System, weil es jetzt nicht anonymisiert ist? Ja, also das geht nicht über Dritte, sondern jeder, das wird auch in jeder Klinik wahrscheinlich ein bisschen anders sein, da kann ich jetzt natürlich nur eigene Erfahrungen berichten, aber jeder hat einen individualisierten Zugang. Ja, und natürlich bestehen da auch Sorgen, dass man es zwar eigentlich anonym eingibt, man aber dann natürlich doch nachvollziehen kann, wer es am Ende eingegeben wird. Da gibt es aber schon auch technische Lösungen, die gewährleisten, dass das dann eben nicht der Fall ist. Und das gehört natürlich auch dazu, dass man da offen und transparent kommuniziert, dass man sich dann dieser Möglichkeiten auch nicht bedient, wenn der Melder eben anonym bleiben will. Und in Abgrenzung dazu nochmal, bei den M&M-Konferenzen ist es dann die betroffene Person, die den Fehler gemacht hat, selbst, die vorstellt, was passiert ist? Ja, genau. Aber natürlich idealerweise auch mit dem Team sozusagen, denn auch das ist ja bei Fehlern oft interessant, dass es vielleicht gerade in einem hierarchischen System wie dem Krankenhaus Berufsgruppen gibt, denen vielleicht Dinge aufgefallen sind, die sich aber schlicht nicht getraut haben, in dem Moment darauf hinzuweisen, weil sie sich wiederum nicht vorstellen konnten, dass die Ärztin oder der Arzt in dem Moment das jetzt nicht bewusst macht, sondern eben diesen Fehler quasi begeht. Und so wie dann eigentlich im Team eine Kultur herrschen sollte, dass man solche Dinge eben schon ansprechen kann, finde ich es persönlich sehr, sehr positiv, wenn man dann eben so eine M&M-Konferenz auch als Team gestaltet, wobei man dann selber natürlich da schon eine Verantwortung übernehmen kann. Die zuständigen Fachvorgesetzten sollten da selbstverständlich dann auch mit anwesend sein. Also diese Konferenz darf einfach nicht zu groß sein, aber sie soll natürlich auch so groß sein, dass andere die Chance haben, davon zu lernen. Es sollte protokolliert sein, es sollte irgendwo einsichtbar abgelegt werden, damit dann eben allein schon durch die Verschriftlichung andere davon profitieren können. Und Dinge, die jetzt irgendwie die Prozesse betreffen oder irgendwelche risikobehafteten Dinge, die sollten dann natürlich auch auf allen Kanälen, die so eine Klinik hat, ob das jetzt ein Newsletter ist oder das Intranet oder Ähnliches oder eine Rundmail, sollten dann natürlich auch genutzt werden, dass alle möglichst schnell quasi diesen Informationsstand haben. Aber wir machen es tatsächlich in quartalsweisen Konferenzen, wo alle Assistentinnen und Assistenten dann unserer Klinik mit eingeladen sind und da dann auch diskutieren. Und normalerweise ist es so, dass da auch eine lebhafte Diskussion zustande kommt und am Ende versucht man eben genau die entscheidenden Dinge daraus abzuleiten. Hätten Sie ein Beispiel für so eine Ableitung, die aus so einem Fall entstanden ist? Also ein anderes Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, geht eher so in die Richtung, wenn ein Patient zum Beispiel einen Sauerstoffbedarf hat, weil er eine Lungenentzündung hat oder Ähnliches und er muss dann in die Röntgenabteilung gebracht werden. Dann muss der Patient ja mit Sauerstoff transportiert werden. Dafür gibt es so fahrbare Flaschen, die man an das Bett oder an die Liege dann dranhängen kann. Und da können Sie sich auch vorstellen, da gibt es dann die Konstellationen natürlich, dass meinetwegen die Pflegekraft oder der Arzt gerade so im Stress ist, dass ein Patientenbegleitdienst es gut meint und eine Hilfe anbieten will, weiß, wo im Lager diese Sauerstoffflaschen stehen und dann eben diese Sauerstoffflasche schon mal selbst holt, anhängt. Bei so Sauerstoffflaschen gibt es einen Hauptregler, der einfach nur entscheidet, ob da Sauerstoff aus der Flasche austritt oder nicht. Und dann gibt es noch so einen Feintuningregler, der einfach entscheidet, wie viele Liter pro Minute Sauerstoff da drüber laufen. Und wenn man da natürlich nicht eingewiesen ist und das nicht 100 Prozent beherrscht, kann es sein, dass einer der beiden Regler verschlossen ist. Und wenn es der falsche ist, fließt einfach kein Sauerstoff. Und das war dann auch was, was man in den zugehörigen Konferenzen dann natürlich aufgearbeitet hat. Wie reagieren denn gerade junge Ärztinnen und Ärzte, wenn ein Fehler passiert ist oder ein unerwünschtes Ereignis oder ein beinahe Fehler? Ja, das ist wahrscheinlich wie in allen anderen Berufsgruppen auch. Da gibt es Unterschiede. Also natürlich gibt es die Erschrockenheit, manchmal auch vielleicht ein bisschen Panik in dem Moment. Es gibt natürlich auch die, die einfach damit vielleicht erst mal souveräner umgehen, sich direkt ans Komplikationsmanagement machen. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass das verschieden verteilt ist. Natürlich muss ich den Fehler ja irgendwo auch erst mal medizinisch beherrschen. Ich glaube, im Vordergrund steht immer das Wohlergehen des Patienten in dem Moment. Das ist das, was man, glaube ich, auch allen im Team dann immer sagen muss. Also man sollte schnell Hilfe dazu holen. Und in so einer Akutsituation ist das, glaube ich, für alle, und das kann man ja auch schulen, das Entscheidende, dass man erst mal Hilfe ruft, dass man versucht, weiteren Schaden abzuwenden von dem Patienten, dass man Helfenden, die dann einfach dazukommen, sofort ehrlich den kompletten Sachverhalt sagt, was natürlich bei einem stattgehabten Fehler halt einfach auch bedeutet, dass man es ungefiltert in dem Moment dann einfach auch darlegen muss. Ich sage mal, ein Strafrechtler würde das jetzt wahrscheinlich so nicht empfehlen, aber in der Medizin ist das halt ganz entscheidend, damit man dann auch adäquat darauf eingehen kann. Dann würde man sicher einem jüngeren Kollegen oder einer Kollegin raten, anschließend, wenn sich die Situation dann so ein bisschen beruhigt hat, sich einfach auf ein paar Notizen zu machen, also vielleicht ein Gedächtnisprotokoll anlegen. Dann muss natürlich der Patient über das Ereignis aufgeklärt werden, wenn er eben wach ansprechbar ist, dafür zugänglich ist. Auch Angehörige gehören da natürlich aufgeklärt. Das ist dann auch kein leichter Schritt in dem Moment. Naja, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist jetzt wirklich offensichtlich Schaden entstanden? Dann muss auch innerhalb einer Klinik ein Meldewesen funktionieren, dass man dann eben an die juristische Abteilung, also die Rechtsabteilung oder eine Stabsstelle eben sowas weitermeldet. Naja, und erst dann kommt eigentlich bei so einem passierten Fehler die Kaskade in Gang, die wir jetzt vorher besprochen haben. Also wie können wir in Zukunft so ein ähnliches Ereignis vermeiden? In welchem Rahmen können wir das besprechen? Ist die M&M-Konferenz das geeignete Tool oder ist die fast zu groß? Wie komplex ist der Fall? Müssen wir unmittelbar Dinge ableiten? Okay. Ein kleiner Hinweis noch für Zuhörende, weil sie vorhin auch den Rechtsanwalt erwähnt haben. Wir werden sowohl noch eine extra Folge dazu machen, was juristisch zu beachten ist, wenn Fehler oder beinahe Fehler passiert sind. Und auch diese Strukturen, von denen schon die Rede war, dieser Moment, weiß eigentlich schon jeder, dass gerade was schief gelaufen ist, aber es möchte trotzdem noch niemand benennen. Also so menschliche Faktoren, die vielleicht an die soziale Situation geknöpft sind, dass man manchmal eher schweigt, als was zu sagen. Auch damit werden wir uns noch in einer extra Folge befassen. Sie haben ja schon angesprochen, die Situation ist ja gar nicht so einfach, wenn man das benennen muss gegenüber Vorgesetzten oder auch gegenüber den Patientinnen selbst. Funktioniert das alles? Sprechen Sie sich da kollegial gegenseitig Mut zu? Wie muss ich mir das vorstellen? Also meine Erfahrung ist, dass es so funktioniert. Da kann ich aber natürlich nur für den Kreis sprechen, den ich jetzt überblicken kann. Ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass es so funktioniert. Ich glaube, man muss sich da auch selbst als Beobachtender auch zurücknehmen. Man muss sich auch aus der Situation zurücknehmen. Und im Vordergrund steht dann sicher, neben dem Komplikationen beherrschen, die ersten Schritte, die wir gerade besprochen haben, zu managen, sich dann natürlich auch der oder demjenigen Kollegen zu widmen, die jetzt da eben in dieser Situation eines gemachten Fehlers stecken, was psychologisch natürlich total schwierig ist. Und auch da gilt sicher das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn man selbst Fehler erlebt hat, Fehler gemacht hat, mit Fehlern irgendwie umgehen musste, kann man sich da wahrscheinlich leichter mit einfühlen. Hat auch weniger diese Angst der Konsequenzen, die jetzt dann auf allen möglichen Ebenen daraus vielleicht rauskommen können. Und da steckt ja auch für den, den es betrifft, in dem Fall am gleichen Tag, in den Stunden danach, so viel Aufregung drin, dass man da einfach anders funktioniert, als man normalerweise im Beruf einfach funktioniert. Und ich glaube, dem muss man sich dann einfach widmen. Da muss man dann die Leute auch mal aus einer Situation rausnehmen, einfach wirklich im Vier-Augen-Gespräch, in einer ruhigen Atmosphäre rausnehmen, auch ein bisschen erfüllen, ob sie in der Lage sind, an dem Tag noch weitere Arbeit einfach zu machen oder ob sie sich komplett rausnehmen wollen. Was auch nicht so einfach ist, weil da auch jeder anders natürlich reagiert. Und weil man ja auch nicht suggerieren will, dass ein Herausnehmen jetzt sozusagen schon der ersten Teil der Strafe ist irgendwie, dass man jetzt eben mal lieber nicht mehr weitermacht, weil sowas passiert ist. Also das ist sicher sehr individuell verschieden, wie Menschen dann eben unterschiedlich sind. Aber ich glaube, das Gespräch ist das A und O und auch dieses aus der Distanz sozusagen eines Dritten eine gewisse Struktur dann mit reinbringen, eine Art Checkliste. Was müssen wir heute gemeinsam jetzt noch machen? Als Vorgesetzter helfe ich dir dabei. Wen müssen wir informieren? Jetzt gehen wir aber erst mal zum Patienten, zu den Angehörigen und gehen dann die nächsten Schritte. Das sind alles Dinge, die kann man mal gelernt haben. Aber an so einem Tag, wo sowas passiert ist, hat man sie sicher nicht in der Form dann parat. Und dann ist es gut, wenn einem dann Vorgesetzte oder einfach liebe Kolleginnen und Kollegen helfen können. Wie ist denn Ihre eigene Erfahrung? Ist Ihnen selbst mal ein Fehler oder ein beinahe Fehler bei einer Behandlung passiert? Klar. Und daraus resultieren natürlich auch genau diese Erfahrungen und vielleicht auch das, was man dann jüngeren Kolleginnen und Kollegen mitgeben will. Also ich kann mich da so an den ersten Größeren quasi erinnern, weil der natürlich dann auch genau wahrscheinlich aus den Gründen ganz gut in Erinnerung bleibt. Zugangsweg über eine große Arterie. Und wenn man dann eine Untersuchung gemacht hat, muss man sich da auch wieder zurückziehen und die Arterie als Hochdruckgefäß natürlich adäquat verschließen. Da gibt es dann verschiedene modernere Systeme, wie man so ein Gefäß verschließen kann. Und da gibt es natürlich verschiedene Systeme, die auch für verschiedene Anatomien oder Arterien dann mal besser, mal schlechter geeignet sind. Und da habe ich damals sicher aus der Unerfahrenheit heraus nicht das Optimale dieser Systeme verwendet, sodass dann so ein stark verkalktes Gefäß eben auch eingerissen ist, die Patientin dann schockig geworden ist, dann eben akut versorgt werden musste, auf Intensivstationen gegangen ist, eine erste Operation hatte, dann weitere Operationen gefolgt sind. Und einen das dann natürlich notgedrungen über Tage beschäftigt hat, immer wieder mit Besuchen am Krankenbett, immer wieder mit der Hoffnung, dass es ab jetzt aufwärts geht und nicht noch schlechter ist am nächsten Tag. Und da kann ich mich sehr gut dran erinnern, wie mich da eben dann auch mein damaliger Oberarzt zur Seite genommen hat und mir im Prinzip geholfen hat, durch diese ganzen Stufen jetzt bis hin zum Melden beim Klinikdirektor, diese ganzen Stufen zu durchlaufen. Und das hätte ich, glaube ich, an diesem Tag selbstständig jetzt nicht geschafft oder hätte Dinge einfach vergessen dabei. Und dann stand auch ganz klar die Frage im Raum, wie geht es denn jetzt morgen weiter? Also magst du morgen wieder so eine Untersuchung oder magst du ganz bewusst morgen nicht mehr so eine Untersuchung oder vorerst nicht mehr so eine Untersuchung? Und das ist dann auch für einen selber schwer, weil man vielleicht eher die Tendenz hat, sich so ein bisschen rauszunehmen. Der Rat wahrscheinlich eher ist, wenn es jetzt kein vollkommen offensichtlich grober Handwerksfehler war, wo einfach vielleicht Kenntnisse noch fehlen, dass man dann schon weitermacht, aus den Fehlern natürlich unmittelbar lernt, aber schon auch sich bewusst ist, dass man vorher mehrere Jahre ja auch ohne so einen Fehler zurechtgekommen ist. Und auch das hat geholfen, wenn dann eine Dritteinschätzung sozusagen eines Weiteren oder eine Zweiteinschätzung dann eben hilft, einem zu sagen, ich würde sagen, dass du am nächsten Tag einfach weitermagst, einem dann das Vertrauen quasi gegeben wird. Und man dann einfach versucht, das auszublenden und einfach die Dinge zu machen, die man sonst eigentlich ja auch richtig gemacht hat. Das heißt, Sie haben sich dann dafür entschieden, weiterzumachen am nächsten Tag und es hat alles geklappt? Ja, das war schon eine Überlegung natürlich an dem Nachmittag, aber es war dann die Entscheidung und das war sicher auch im Nachgang die richtige Entscheidung. Ich glaube, wenn man sich eher für dieses Herausnehmen entscheidet, dann kommt natürlich gleich die Frage auf, wie lange nimmt man sich heraus. Und ich glaube, was man sich auch immer in Erinnerung rufen muss, ist, dass es natürlich dann schon auch psychologische Hilfe gibt. Also es gibt inzwischen an Kliniken auch so Beratungsstellen. Das ist wahrscheinlich auch über die Corona-Pandemie sogar so gekommen, weil da natürlich ganz unterschiedliche Ängste und Sorgen, die jetzt ja gar nicht mit Fehlern, sondern eher mit privaten, sozialen und sonst wie Herausforderungen zu tun hatten. Und das ist dann sicher eine gute Adresse, wo man sich dann auch hinwenden kann, wenn man einfach merkt, man kommt in so einen Gedankenkreis und es beschäftigt einen immer wieder. Oder die gleichen Handlungen sozusagen setzen einen maximal unter Stress und man macht vielleicht schon wieder Fehler einfach nur, weil man in dem Moment so aufgeregt ist, dass man gar nicht seine normale Routine abspielen kann. Und da ist das aus meiner Sicht sehr, sehr empfehlenswert, eben sowas dann auch in Anspruch zu nehmen. Daran anknüpfend wieder der Hinweis. Also mit dem psychosozialen Umgang mit solchen Situationen werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Das wird sehr schön anknüpfen. Und trotzdem werden wir die psychosozialen Angebote, die es gibt, auch jetzt schon in den Shownotes verlinken. Und wer sich angesprochen fühlt, kann darüber auf jeden Fall Hilfe in Anspruch nehmen. Und in der kommenden Folge werden wir das Thema dann näher beleuchten. Das ist jetzt eine sehr breite Frage abschließend. Aber was kann man denn Ihrer Einschätzung nach tun, um im Klinikalltag Fehler zu vermeiden? Also ich glaube, wenn alle im Team wissen, dass Fehler einfach passieren, dann ist man ja schon so ein bisschen aufmerksamer und setzt sich das sozusagen in Bewusstsein. Und dann gibt es natürlich schon so klassisch etablierte Dinge auch, die uns die Chirurgen einfach vorleben, andere Fachrichtungen das natürlich genauso machen. Was man absolut übernehmen sollte, das sind zum Beispiel so Team-Timeouts. Also einfach ein kurzer Zeitraum, wo alle im Raum von verschiedenen Berufsgruppen, Pflege wie Ärztinnen und Ärzte, aber auch weitere technische Berufe, medizintechnische Berufe, die dabei sind, sich einfach ganz kurz darauf konzentrieren, wie heißt der Patient, was machen wir, welche Herausforderungen bietet er. Da kann man zum Beispiel die Verwechslungsgefahr absolut minimieren. Man kann sich eben diese speziellen Patientencharakteristika und Erkrankungen in Erinnerung rufen. Und vor allem bringt man das Team eben auf den gleichen Informationsstand, was schon mal ganz wichtig ist, um Fehler zu vermeiden. Dann das, ja, was ich vorher so allgemein gesagt habe, aber wo man vielleicht in einem OP oder in einem Eingriffsraum und Ähnlichem sich noch mehr klar macht, dass man in kritischen Bereichen arbeitet, dann ist sicher so Stichwort Checkliste oder SOP. Also bei den Piloten weiß man das, dass die halt einfach da ihre Checkliste quasi abarbeiten komplett. Das gibt es in der Medizin natürlich schon auch, also Abfragen von Allergien und Ähnlichen. Auch das geht über die Berufsgruppe der Ärztinnen und Ärzte natürlich weit hinaus. Da können andere Berufe da auch viel Zuarbeit leisten. Und erfahrungsgemäß braucht man es vor allem dann, wenn man sich irgendwie selber ertappt, wenn man so Dinge sagt wie, Mensch, das habe ich doch jetzt schon hundertmal erklärt. Das gibt es doch gar nicht, dass wir da schon wieder drüber sprechen. Das sind natürlich Dinge, die kann man wunderbar in eine Checkliste oder in eine SOP packen und dann halt das Team einfach aktivieren, danach durchzugehen. Dann ist, glaube ich, noch ganz wichtig, Prozesse einfach nicht zu unterbrechen. Also es gibt da auch so Aussagen, die mehr oder weniger sagen, allein einen Prozess zu unterbrechen gilt schon als fehlerhaft durchgeführt. Das kennen Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, sehr gut, wenn das Telefon klingelt oder der Piepser piepst. Und man steht gerade eben in der Untersuchung. Dann kann man sich da natürlich durcheinander bringen lassen, sollte es aber nicht. Und dann ist sicher noch wichtig, dass man als Team eben auch den anderen nicht in einen Fehler laufen lassen will. Also das ist ganz wichtig. Und da gehört dann natürlich zum einen das Nicht-Wollen dazu, was natürlich fatal wäre, wenn man einen Fehler quasi beobachtet und sich nicht meldet. Aber was in der Medizin schon ein ganz relevanter Punkt ist, ist einfach immer noch eine gewisse Rest-Hierarchie, die sicher viel, viel weniger geworden ist über die Jahrzehnte, aber die, glaube ich, schon immer noch absolut vorhanden ist und die dann auch dazu führen kann, dass Fehler, selbst wenn sie bemerkt werden, oder beinahe Fehler einfach nicht angesprochen werden, weil man sich es nicht traut. Und ja, wenn ein Fehler passiert, dann muss das Team füreinander da sein. Nicht nur einer, der dann einen irgendwie durchführt, wie man es macht, sondern dann eben auch die anderen, die dann halt zumindest mit Fürsorge und Worten, die einem dann vielleicht guttun in diesem Moment, für einen da sind. Ja, das ist ein super Schlusswort. Also vielen Dank, dass Sie heute diesen detaillierten Einblick gegeben haben. Ist ja nicht selbstverständlich. Sehr gerne. Ja, dann hoffen wir, dass auch Ihnen der Auftakt in diese Folge gefallen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. Wir care for media solutions. Wir care for media solutions. Untertitelung des ZDF für funk, 2017